Hallo und willkommen zurück zu Warframe und heute wieder mal zum Steel Path. Da machen wir heute weiter. Wir sind ja aktuell auf dem Planeten Sedna unterwegs. Ja, wir haben gar nicht mehr so viele Missionen übrig, wobei es sind schon noch ein paar, aber verhältnismäßig im Vergleich, wenn man sich das so mal anschaut, wie viele Planeten hier es gibt und wie viele Missionen, haben wir ja gar nicht mehr so viele und sind so langsam oder kommen so langsam dem Ende immer näher. Und wir sind wie gesagt auf dem Sedna unterwegs, wo wir heute natürlich auch weitermachen werden. Und wir haben drei Missionen, Sabotage, Entführung und mobile Verteidigung. Und ich würde sagen, wir fangen heute als erstes mit der Sabotage-Mission Rusalca an. Ich bin im Steel Path. Ja, passt. Okay, sehr gut. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwas Falsches auswähle. Genau, wir gehen rein in die Sabotage, schauen mal, wie viele Missionen wir heute schaffen werden in der Folge. Ich bin mal gespannt. Und wir müssen jetzt erst mal als allererstes das Kühlsystem deaktivieren. Müssen wir jetzt mal wieder, ja, paar Meter zurücklegen. Wir können so lange auch mal auf dem Hinweg hier versuchen, jawohl, genau, die Inkanon-Form vollzumachen von der Torrid. Die habe ich heute nämlich wieder dabei. Dann müssen wir das nachher nicht. Und ich bin mal gespannt, ob wir hier bei der Sabotage wieder nur zerstören müssen, hoffe ich mal. Wir hatten ja irgendwie einmal das Pech bei der Sabotage, dass wir auch was verteidigen mussten. Was mich sehr gewundert hat, aber ich bin mir mittlerweile immer noch nicht sicher, ob das nur irgendwie eine besondere Mission war. Bin ich mir nicht ganz sicher. Deshalb habe ich jedes Mal, wenn wir Sabotage machen, Angst, dass wir irgendwie noch was anderes zusätzlich machen müssen. Noch verteidigen oder so. Okay, hier muss ich jetzt einmal eigentlich hacken. Okay, wahrscheinlich einfach die zwei zerstören. Die zwei Seiten. Ah, der ist schon weg. Okay. Dann müsste ich da unten eigentlich ohne Probleme durchkommen. Ja, sehr gut. Perfekt. Das einmal raus machen. Einmal wieder nach oben gehen. Einmal da unten rein. So. Dann das hier nehmen. Da rein platzieren. Blup. Einmal nach hier oben. Na komm schon, lass mich hier hoch springen bitte. Danke. Dann einmal hier rein hacken. Und dann einmal hier den Reaktor zerstören. Jawohl, haben wir. Und es sollte eigentlich die Mission gewesen sein. Oben noch. Okay, die Sprengtür noch öffnen. Okay. Das machen wir natürlich auch noch schnell. Nochmal kurz den Messmus-Kin neu aktivieren. Und dann gehen wir doch hier unten. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Einmal da unten durch. So, sehr gut. Ach, komm schon. Und dann sind wir auch gleich schon bei der Sprengtür. Ich bin vorbeigelaufen. Sehr gut. Einmal rein hacken. Und dann können wir die... die 300 Meter nach draußen laufen zur Extraction. Und haben damit dann... die erste Mission heute in der Folge geschafft. Bin mal gespannt, was für neue Missionen wir jetzt freischalten gleich, die wir machen können. Wir müssen irgendwann auf jeden Fall auch noch die Entführungsmissionen machen. Und da habe ich noch ein bisschen Respekt vor. Die war letztes Mal nicht ganz so einfach. Glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig dran erinnere. Deshalb mal schauen, wann wir die angehen werden. Vielleicht machen wir es auch gleich noch. Ich weiß nicht. Wir schauen einfach mal. Aber wir haben auf jeden Fall die erste Mission geschafft. Sehr cool. Natürlich jetzt nicht besonderes als Belohnung bekommen, sondern Hauptsache die Mission geschafft. Das ist ja unser Ziel hier. Und wir gehen hier auf Verlassen. Sehr gut. Und gucken dann, was wir hier haben. Wir haben Abfangen. Okay. Abfangen ist auch nicht das Beste. Und Verteidigung. Hm. Was machen wir? Sollen wir die Entführung machen und dann noch Abfangen? Dass wir die schlimmsten Missionstypen weg haben? Wir können ja mal probieren. Wir machen als erstes die Entführung. Da habe ich Loki dafür gehabt und habe hier genau diesen Bild dabei gehabt, wo wir dann auf radiale Entwaffnung gehen und Unsichtbarkeit. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Gehen wir zusammen rein. Ich habe die Latron dabei. Ja, das sollte passen. Und dann stützen wir uns rein in Marit in die Entführungsmission. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie gut wir da durchkommen werden. Ich glaube, das wird nicht einfach. Aber irgendwie werden wir das hoffentlich schon schaffen. Wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Aber schauen wir mal. Okay, erstmal Energie holen ein bisschen. Aber wir haben ja sogar volle Energie. Okay, noch besser. So, dann gehen wir in die Unsichtbarkeit rein. Lass die uns nicht nerven. Einmal hier durch. Ja, genau. Wir müssen nämlich das eine Schiff da sozusagen begleiten. Und es fährt durch unsere Schilde sozusagen. Also wir verlieren Schilde und das Schiff fährt sozusagen. Ja, so kann man es eigentlich gut beschreiben, würde ich sagen. Und wir müssen hier jetzt einmal rein hacken. Ah, nicht mal hacken, nur aktivieren. So, wir holen uns nochmal ein bisschen Energie. Das es auflädt, wenn wir jetzt gleich Energie verbrauchen. Weil wir werden die radiale Entwaffnung, die vierte Fähigkeit natürlich verwenden. Okay, wir gehen hier drauf. Unsichtbarkeit. Einmal alle entwaffnet. So, jetzt sollte hier auch nichts mehr das Schiff hier schädigen, wenn wir hier entwaffnen. Weil Entwaffnen macht, dass sie nur noch Nahkampfangriffe haben. Und das erspart uns die Arbeit, die Aufgabe hier um einiges. Wir können hier einfach, eigentlich können wir uns auch auf Stift draufsetzen. Aber irgendwie bin ich gerade immer runtergeflogen. Deshalb machen wir es einfach so. Klopp. Wir können es versuchen. Ne, da müssen wir immer ein bisschen mitlaufen. Okay. Aber eigentlich stört es auch nicht, wenn wir unten drunter sind. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt keine Gegner killen. Aber wir können es weglaufen, damit die Schilder wieder aufgeladen werden können. So. So, wir müssen aufpassen, wie gesagt, dass wir hier keinen killen. Dass wir nicht Eximus oder so spawnen. Weil das wäre nicht gut. An der nächsten Türe müssen wir vermutlich gleich wieder nochmal entwaffnen und drücken. Ja, ich bin zu weit weg, okay. Aber wir kommen doch hier ganz gut durch bis jetzt. Okay, ich bin wieder zu weit. Oh Mann. Unsichtbar. Jawohl. Wir müssen uns gleich nochmal ein bisschen mehr Energie holen. Wobei wir ja noch die Hälfte übrig haben. Wir haben bis 300 Verbrauch, 300 Energie. Bisschen mehr. Okay, jetzt müssten irgendwo wieder die Gegner kommen. Oder spawnen hier gar keine neuen. Das wäre auch okay. Okay, wenn wir keine neuen Gegner spawnen, ist es natürlich noch entspannter. Aber da hinten sind... Sind der Eximus gespawnt? Ah, nee, doch nicht. Okay, nee, alles gut. Falsch gesehen. Okay. Nicht so spannend. Aber es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache hier. Es muss funktionieren. Und das tut es zum Glück auch. Ja, das ist sehr gut. Okay, ich gehe mal kurz ein bisschen weg. Hol uns Energie. So, sehr gut. Unsichtbarkeit wieder. Und dann geht es weiter. Ihr seht auch oben, dass der Formorian Energiekern Energie verliert. Oben links steht es ja. Äh, Energie Leben verliert. Aber der hat so viel Leben, dass es nicht so schlimm ist. Und wir uns jetzt auch nicht so extrem beeilen müssen. Ich meine, wir beeilen uns ja auch eigentlich schon echt gut. Jetzt müssen wir wieder gucken, ob hier neue Gegner kommen. Ja, kommen. Die entwaffnen wir einmal schnell. Und so kommen wir doch echt ganz gut durch. Sehr gut. Nice. Habe ich letztes Mal viel schlimmer in Erinnerung. Aber da haben wir es eigentlich auch mit der gleichen Taktik gemacht. Aber da hat es, glaube ich, nicht immer ganz so gut geklappt. Aber so ist es doch sehr gut. Nice. Und hier müssten wir eigentlich auch schon fertig sein dann. Nochmal kurz unsichtbar. Und dann müsste es das doch gewesen sein, oder? Sehr cool. Nice. Nice, nice, nice. Sehr gut. Das können wir auch, ah, können wir nicht überspringen. Schade. Aber wir haben die Mission geschafft. Nice. Sehr cool. Habe ich wirklich schlimmer in Erinnerung. Also, für euch, wer es noch nicht wusste, Loki mit der radialen Entwaffnung und der Unsichtbarkeit geht hier durch Highjack ohne Probleme durch. Sehr, sehr cool. Ähm, gut. Haben wir es auch mal wieder gemacht. Sehr cool. Das war doch gut. War jetzt ein bisschen entspannter. Muss doch auch mal zwischendurch sein. So, dann haben wir natürlich als nächstes die Arena freigeschalten. Da habe ich mich mal gespannt, wie die wird. Ähm, ist ja so ein bisschen wie der Index. Ein bisschen anders. Da kann man gut Endo farmen eigentlich. Gut, wir haben jetzt noch mobile Verteidigung. Ähm, abfangen und über... Nee, nicht überleben, sondern Verteidigung. Sollen wir heute direkt mal noch in die Abfangmission reingehen. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Sollen wir es gleich machen? Dann haben wir ja die schlimmsten Missionen weg. Wobei die Arena auch nicht ohne wird. Aber dann schauen wir jetzt mal, wie wir mit der Abfangmission hier zurechtkommen werden. Oh Mann, okay. Abfangen ist auch immer so eine Sache. Die ist nicht einfach. So, wir geben uns natürlich erstmal Energie einiges. Dass wir voll sind. Müssen wir mal kurz auch ein bisschen warten. Ein bisschen abwarten. Da unten kommt schon der erste Gegner. Das ist nicht gut. Der kommt, glaube ich, auch hoch. Ja, und dann sollte ich mal mich beeilen. Damit die mich nicht so arg nerven. So. Dann gehen wir hier als erstes hin. Platzieren die Bastille, so viel es geht runter. Solange wir keine Energie mehr haben, dann müssen wir aber auch hier vorsichtig sein. So, und jetzt warten, bis die ganzen Gegner hier kommen. Okay, die hängen da hinten fest. Nicht so gut. Da kommen doch noch ein paar. Sehr gut. Da müssen wir uns einfach mal wieder ein bisschen gedulden. Wir können hier mal noch eigentlich Energie hinsetzen. Dass wir gleich wieder voll sind. So, 120 Sekunden, das ist sehr gut. Das sollte hoffentlich gut reichen. Und aktuell sehe ich jetzt auch keine neuen Gegner, die noch kommen. Das heißt, ich würde mal sagen, wir gehen schon mal zur A nach hinten. Das könnte natürlich zu weit weg sein jetzt auch. Mal schauen, ob das klappt. Wir drücken einfach die Daumen und hoffen irgendwie, dass wir durchkommen. So, A haben wir gleich. Sehr gut. Dann gehen wir noch schnell zu B. 88 Sekunden noch. Sehr gut. Das sollte noch gut reichen, dass wir B und D auch noch einnehmen. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass da hinten keine Gegner mehr spawnen. So, dass sie alle da oben schon gespawnt sind. Okay. Sehr gut. Jetzt können die Prozente ganz entspannt nach oben ticken. 60 Sekunden haben wir noch. Eine ganze Minute. Schauen wir mal, wie weit wir da vorankommen werden. Wie viele Prozente wir da haben. Wir haben aber die Gegner gleich schon eingeholt. Sind es bei 30% gleich. Sehr, sehr, sehr cool. Und dann heißt es jetzt wieder natürlich abwarten. Abwarten und Tee trinken. Und hoffen, dass hier alles gut läuft und keine Eximus spawnen. Hätte ich vielleicht lieber die Latron mitnehmen sollen. Die Latron im Kanon. Falls wir hier einzelne eliminieren müssen. Aber noch sieht es ganz gut aus. Aber ich will mich jetzt hier nicht zu früh freuen. Deshalb erstmal abwarten lieber. 20 Sekunden noch. Ich würde sagen, bis so 8 Sekunden. So warten wir. Dann platzieren wir eine neue Bastille runter. Oh no. Was macht denn der hier? Oh, das wollte ich nicht. Okay, sehr gut. Ein paar haben schon einiges an Schaden bekommen. Das war nicht gut. Das war nicht gewollt. Ich habe auch zu sehen, wie heißt es? Photonschlag gezündet. Das wollte ich leider nicht machen. Aber egal. Sollte hoffentlich nicht allzu arg stören. Uiuiuiui. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich gerade ordentlich verschluckt. Tut mir leid. Ich hoffe es war nicht zu laut für euch. Ich wollte eigentlich sagen, wir platzieren nochmal Energie runter. dass wir die noch fast voll bekommen. Und wir sind es ja auch schon bei 75%. Dreiviertel schon geschafft. Sehr, sehr cool. Und das heißt, einfach wieder weiter warten, bis wir gleich wieder die Bastille platzieren müssen. Aber das sollten wir auf jeden Fall noch schaffen. Am Ende müssen wir natürlich noch alle weg machen. Das könnte auch ein bisschen spannend werden. Aber sollte, glaube ich, auch mit der Torrid ganz gut klappen. Uiuiui, die wirbeln hier ganz schön im Kreis rum. So, wir sind auch schon bei 95% gleich. Und wir haben die 100% geschafft. Das muss ich alle noch einmal weg machen. Weg mit euch. In Kanonform aktivieren. Die sind alle weg. Und da hinten, der lebt auch nicht mehr. Sehr cool. Das heißt, wir müssen warten, bis die Extraction kommt. In 5 Sekunden noch. Und dann haben wir einfach die nächste Mission auch schon geschafft. Drei Missionen heute. Sehr, sehr cool. Und vor allem auch zwei Missionen, ja, auf die ich nicht so Lust hatte. Aber wir haben es ganz gut geschafft, würde ich sagen. Sehr cool. Okay. Jetzt will ich nur noch gerne die Extraction auswählen. Danke. Ein Neorelikt bekommen. Praton, Burstens, Lex. Okay, und Revenant. Auch cool. Sehr, sehr gut. Auch wenn wir Revenant schon haben, natürlich. Das ist natürlich klar. Oh, meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. So. Gucken wir noch einmal rein, was wir noch so haben. Wir haben jetzt noch die, oh, das wollte ich nicht. Die Verteidigungsmission gegen die Infested. Okay, Darksector Verteidigungsmission haben wir freigeschalten. Dann haben wir noch eine andere Verteidigung hier. Eine normale Verteidigung. Dann haben wir die mobile Verteidigung. Also ganz schön viel Verteidigung. Und dann haben wir noch die Arena, die wir auch noch machen müssen. Und dann hier oben noch die zwei Missionen. Und die weiß ich gerade auch nicht auswendig. Die hier sind auf jeden Fall noch die weiteren Arenen, die noch schwerer werden. Aber an die Sachen werden wir dann in der nächsten Folge gehen. So wie ich das jetzt gerade sehe, werden das auf jeden Fall, ja, wird die nächste Folge wahrscheinlich eine Verteidigungsfolge. Wo wir hier die zwei Verteidigungsmissionen und die eine mobile Verteidigung machen, dass wir hier auf jeden Fall noch weiter vorankommen. Aber heute war es auch wieder eine richtig erfolgreiche Folge. Wir haben zwei Missionen geschafft, auf die ich nicht so wirklich Lust hatte. Aber die dann doch zum Glück gar kein Problem waren. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so gefallen. Und wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich, ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao. Bis dahin, macht's gut.